Freitag, spät nach Mittag, das Zentrum einer deutschen Stadt. Ich meine Reisezeit, Frühlingszeit, Kuchenzeit. Also die wirklich wahre Philosophie ist für mich die Bibel. Hier muss ich mal was ändern, hier muss ich mal ganz grundlegend was ändern. Die Deutschen versprechen immer viel, die helfen aber nicht wirklich. Was? Wofür soll man sich denn jetzt grundsätzlich politisch einsetzen? Du hast doch gar kein Problem, oder? Das ist ein Problem, oder? Es gibt da kein Problem. Die Welt ist scheiße. Aber die größte Scheiße ist, dass ich nicht weiß, gegen welche Scheiße ich jetzt ans machen kann. Blockadenlösend durchkreatives Malen auf mir. Und ich möchte heute eine Sonnenwahl. Und obwohl ich meinen Beruf mag, also man mag es mir doch nicht. Man mag ja nicht immer alles, was man mag. Tina, ich nehme mich jetzt mal in den Armen. Sie wird in die Luft gerissen. Ich habe in Drachenblut geweiht und es gab kein Leben. Und Sie fühlen? Nichts. Herr Dr. Kreml ist 46 Jahre alt, seine Frau Jacqueline ebenso. Beide Seelen flendend. Und vor allen Jahren verbindigt ein knappes Jahrzehnt jünger aus. Manchmal denke ich, ich führe ein schönes, ein privilegiertes Leben. Und dann möchte ich mich bei jemandem dafür bedanken, aber da ich Atheist bin, weiß ich nicht bei wem. Das System heißt Kapitalismus. Ich, meine Damen und Herren, liebe den Kapitalismus. Wenn wir über uns hinauswachsen, selbstkritisch, als denkende Menschen. Wenn wir unser Bewusstsein, unsere Moralvorstellungen wandeln. Amen. Feuerball? Durch die Wucht wird seine Kampfer zerfetzt. Knochen gesplittert, Nägel spicken das Fleisch. Der Kopf abgetrennt, die Gliedern vom Rumpf. Die Haut ist verleicht. Der Restmensch vermengt mit Fontänen aus Staub. Wallendem Rauch, schwarz und weiß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017